Ich schließe mich der Lobhudelei meiner Vorrednerinnen voll inhaltlich an, aber reine ist auch noch mehr, zum Beispiel naturgepflegte Augenbrauen oder Hightech-Sportsocken. Und Unmengen Bücher, und die hat er auch alle noch gelesen. Und dann waren da noch die Kugeln, genau genommen die Kernbergschen Kugeln oder die Groschen-Kernbergschen Kugeln. Und im Laufe der Jahre an Ausbildung wurden daraus tausende Kugeln. Rainer ist aber auch Film und Psyche. Andere haben es ihm nachgemacht. Tja. Aber vor allem hat Rainer der Psychiatrie in Hollabrun Leben eingehaucht. Sie ist getragen von Wertschätzung, Empathie und einer gelebten sozialpsychiatrischen Haltung. Nur hier wollte und konnte ich meine Ausbildung machen. Dafür möchte ich mich besonders bedanken. Aaaaaah. 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 Aaaaaaah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017